Es muss sein, dass die Leute mal als Eyecatcher gucken können und sie selber steuern. Nee, das muss nicht. Sie sollen nur gucken und als Eyecatcher sehen, schöne Boote. Und ich denke mal, es ist auch so viel Platz, dass die Leute ringsherum überall gut Platz zum Gucken haben. Und es ist halt so, dass die Leute hier nicht vorbei gehen, weil da vorne an allen Ecken und Kanten und die müssen quasi an diesem See immer wieder vorbei. Allein deswegen muss das Ding schon sauber gemacht werden. Ja, das weiß ich.